Du suchst noch nach der perfekten Vorspeise für euren Grillabend oder brauchst einfach etwas Frisches im Magen, dann habe ich da was für dich. Wir nehmen uns ein paar Cherrytomaten, gewaschen. Schneiden eine rote Zwiebel. Dazu kommt Olivenöl, Prise Salz, Pfeffer und frischer Basilikum. Nehmen wir uns ein Baguette. In unserer Pfanne kommt Olivenöl. Röste unsere Baguettescheiben beidseitig rotbraun an. Reiben sie mit Knoblauch rein. Und dann heißt es auch schon servieren. In die Mitte legen wir eine Burrata. Der perfekte Sommersnack. Das ist nicht lecker. Das ist sehr lecker. Und gute.